Fast 50 Jahre sind vergangen, seit die erste Folge von Unsere kleine Farm auf dem kleinen Bildschirm ausgestrahlt wurde. Erinnern Sie sich noch an die Figuren dieser legendären Fernsehserie? Die hochkarätige Besetzung, darunter Michael Landon, Karen Kressel, Melissa Gilbert und Melissa Sue Anderson, wurde zu einem Begriff und zog in den neun denkwürdigen Staffeln der Serie Millionen von Zuschauern in ihren Bann. Die Geschichten, auf die sich der Film bezieht, sind immer sehr intim und sprechen die Zuschauer an. Auch die modernen Zuschauer von heute. Viele Schauspieler, die den Film in jenem Jahr begleiteten, haben uns jedoch für immer verlassen. Die Vergangenheit ist vorbei, aber die Geheimnisse der Vergangenheit scheinen jetzt zu sprechen. Erinnern wir uns also an die Stars von Unsere kleine Farm, die uns verlassen haben, aber in den zeitlosen Episoden weiterleben und unsere Herzen erobern. Dabbs Greers glanzvolle Leinwandkarriere erstreckte sich über beeindruckende sieben Jahrzehnte und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen von Millionen Amerikanern. Obwohl er ein umfangreiches Werk vorweisen kann, wird sein bleibendes Vermächtnis oft mit seiner Rolle als Reverend Alden in den beliebten Plassiker Unsere kleine Farm in den 70ern und 80er Jahren in Verbindung gebracht. Greers Weg begann nach dem Besuch des Colleges im Mittleren Westen, als er nach Perselina umzog und schnell eine Anstellung als Statist fand. Sein Durchbruch gelang ihm in den 50er Jahren mit einer Rolle in der Serie Adventures of Superman. In den folgenden Jahrzehnten, die sich von den 50ern bis zu den 60er Jahren erstreckten, trat Greer in zahlreichen Fernsehsendungen und in verschiedenen Filmen auf. Während er sich oft einmalige Rollen im Fernsehen sicherte, trug er zu wiederkehrenden Arbeiten in der Drama-Anthologie-Serie The Loretta Young Show und der College-Sitcom Hank By. Zusätzlich hinterließ er als Mr. Jonas in der beliebten Westen-Serie Gunsmoke einen bleibenden Eindruck. Es war jedoch seine Darstellung von Reverend Alden in Unsere kleine Farm, die Greers Platz in den Herzen der Zuschauer festigte. Er spielte von 1974 bis 1983 in der Serie mit und bewies damit seine dauerhafte Präsenz auf dem kleinen Bildschirm. Auch nach dieser ikonischen Rolle war Greers vertrautes Gesicht noch zwei Jahrzehnte lang auf den Bildschirmen zu sehen, vor allem als Fahrer Henry Novotny in Picket Fences. Im Jahre 2003 ging Greer offiziell in den Ruhestand, nachdem er eine beeindruckende Anzahl von mehr als 290 Filmen und Fernsehproduktionen absolviert hatte. Seinen letzten Auftritt hatte er in der beliebten Kinderserie, Lizzie McGuire. Greer starb 2007 an einem Nieren- und Herzleiden. Er wurde 90 Jahre alt. Carl Swenson, der auf eine jahrzehntelange Erfahrung in seiner illustren Karriere zurückblicken konnte, übernahm in Unsere kleine Farm die Rolle des Lars Hansen, des Gründers und Ältesten von Walnut Grove. Leider sollte diese Rolle sein letzter Auftritt sein, denn Swenson verstarb nur wenige Tage nach den Dreharbeiten zu der Folge von Staffel 5, in der seine Figur an alter Schwäche stirbt. Swensons Karriere begann in den 30er Jahren als Rundfunkschauspieler, der seine Stimme in verschiedenen Sendungen lieh, darunter Orson Welles' The Mercury Theater on the Air. Als er zur Bühne wechselte, erhielt er bemerkenswerte Rollen wie die des David Beefs in Arthur Millers erster Broadway-Produktion The Man Who Had All The Luck. Erst in den 50ern gab Swenson seine Film- und Fernsehdebüt mit Four Boys and a Gun in The Edge of Night, nur wenige Monate voneinander entfernt. Nach seinem Eintritt in die Filmwelt waren Swensons Talente sehr gefragt und er wirkte in den nächsten drei Jahrzehnten in fast 200 Projekten mit. 1959 öffnete eine zufällige Begegnung mit Michael Landon in einer Folge von Bonanza die Tür zu Swensons Rolle in Unsere kleine Farm. Tragischerweise sollte dies sein letzter Job sein, denn Swenson verstarb 1978 im Alter von 70 Jahren an einem Herzinfarkt. Sein Beitrag zur Unterhaltungsindustrie, der sich auf Radio, Bühne und Leinwand erstreckte, ist ein Beweis für sein Talent und seine Vielseitigkeit. Einer seiner ersten Auftritte als Schauspieler war 1955 in einer Folge von TV Reader's Digest mit dem Titel Human Nature Through a Real View Mirror. Seine Karriere nahm weiter an Fahrt auf, als er 1962 in zwei Episoden von The Virginian und von 1962 bis 1971 in fünf Episoden von Bonanza auftrat. Um seine Präsenz auf dem Bildschirm weiter zu festigen, trat French von 1966 bis 1975 in 18 Episoden von Gunsmoke auf. Nachdem er 1983 seine Rolle als Isaiah Edwards in Unsere kleine Farm beendet hatte, übernahm French die Rolle des Mark Gordon in der Volksserie Highway to Heaven. Die Serie, die von 1984 bis 1989 auf NBC ausgestrahlt wurde, zeigte das vielseitige Talent von French. Zu seinen Fernsehauftritten gehörten auch Rollen in Carter Country und Get Smart. In Karen Gressels Buch Bright Lights, Prairie Dust, Reflections on Life, Love and Lost from Little Houses Mar erzählt sie von einem Gespräch mit Michael Lennon über Frenchs Tod. Lennon führte den Tod von French auf Alkohol zurück. Im Gegensatz zu Medienberichten, die Lungenkrebs als Ursache nannten. French und Lennon verband eine tiefe Freundschaft und French brachte in verschiedenen Interviews seine Bewunderung von Lennon zum Ausdruck. Der Schauspieler betrachtete die Zusammenarbeit mit Lennon als ein Privileg und betonte Lennons Engagement für Qualität in seinen Projekten, auch wenn es um sensible Themen ging. Diese Zusammenarbeit ging über Highway to Heaven hinaus, denn das Duo hatte bereits bei Bonanza und unserer kleinen Farm zusammengearbeitet. Mit der Darstellung von Mark Gordon in Highway to Heaven ging für den Schauspieler ein Traum in Erfüllung. Lennon bestand darauf, ihn zu besetzen, da er die Substanz dem konventionellen guten Aussehen vorzog. French war der Meinung, dass Lennons Erfolg auf sein Engagement für Qualität und seine Fähigkeit zurückzuführen war, übermäßige Sentabilität zu vermeiden, selbst wenn er in seinen Shows ergreifende Themen behandelte. Victor French starb am 15. Juni 1989. Berichten zufolge starb er an Lungenkrebs. Im April 1991 machte Michael Lennon, der Star von unserer kleinen Farm, eine ergreifende Mitteilung über seinen Kampf mit inoperablen Krebs. Melissa Gilbert, die in der Serie Laura Ingalls wider darstellte, erzählte später in ihren Memoiren, wie Lennon getreu seiner Rolle die Presse zu sich nach Hause einlud, um die Neuigkeiten mitzuteilen und seine Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen, die Krankheit zu bekämpfen. Lennons Vorgehen spiegelte seinen Wunsch wider, die Situation zu seinen eigenen Bedingungen zu bewältigen und zu verhindern, dass Gerüchte in der Boulevardpresse kursieren. Während dieser schwierigen Zeit für Lennon hatte eine andere Fernsehikone Johnny Carson mit einer persönlichen Tragödie zu kämpfen. Den Verlust seines Sohnes Richard Walker Carson bei einem Autounfall am 21. Juni desselben Jahres. Lennon sprach Carson sein tiefes Beileid aus, eine Geste, die Carson in seiner Talkshow bestätigte. Carson teilte seinen Zuhörern mit, dies war eine verheerende Woche für mich und meine Familie. Michael rief letzten Montag an und drückte sein tiefes Mitgefühl für den Tod meines Sohnes Ricky aus. Während Lennon mit seinen gesundheitlichen Problemen kämpfte, waren die Zuschauer überrascht von seiner Widerstandsfähigkeit und seiner guten Laune, als er in Carsons Show auftrat. Selbst im Angesicht seiner Probleme behielt Lennon seinen Sinn für Humor und scherzte über die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Die behaupteten, er wolle noch vor seinem Tod ein zehntes Kind mit seiner Frau Cindy haben. In dem Clip witzelte Lennon, ich meine, ich habe neun Kinder, neun Hunde, drei Enkelkinder, eines ist im Ofen und meine Frau Cindy braucht etwas, das sie an mich erinnert. Tragischerweise verstarb Michael Lennon am 1. Juli 1991 nur wenige Wochen nach seinem Auftritten in der Show von Johnny Carson. Seine Unverwüstlichkeit, sein Humor und die aufrichtige Unterstützung, die er anderen in seiner eigenen schwierigen Zeit angedeihen ließ, hinterließen einen bleibenden Eindruck bei denen, die ihn bewunderten. Catherine McGregor, bekannt für ihre Rolle als Harriet Osen in Unsere kleine Farm, hinterließ in 152 Folgen der beliebten Serie einen unauslöschlichen Eindruck. McGregors Darstellung der boshaften und geschwätzigen Geschäftsinhaberin von Walnut Grove wurde zur Kultfigur. Die 1925 in Dlande, Kalifornien geborene McGregor begann ihre Karriere in New York City, nachdem sie 1949 ihr Schauspielstudium an der Northwestern University abgeschlossen hatte. Zunächst unter dem Namen Scotty McGregor bekannt, den sie Mitte der 70er Jahre im Zuge ihres Wechsels zum Fernsehen wieder aufgab, erhielt sie nach zahlreichen Gastrollen in beliebten Sitcoms wie Ironside und All in the Family die Rolle, die ihre Karriere bestimmen sollte. Mrs. Olsen. Die Fans der Serie liebten und hassten die Figur der Mrs. Olsen und McGregor gab offen zu, wie bewusst sie diese Dynamik gestaltete. In einem Interview mit dem Santa Cruz Sentinel aus dem Jahre 1991 verriet sie ihren Ansatz, Ich suche nach dem Humor von Mrs. Olsen. Ursprünglich wurde sie nur als schwarz-weißer Fiesling dargestellt. Wer so gemein ist, muss ein Narr sein. Also habe ich angefangen, eine Farce hineinzumischen. Ich glaube, das Publikum rechnet damit, Mrs. Olsen auf den Hintern fallen zu sehen. Kevin McGregor verstarb 2018 im Alter von 93 Jahren und hinterlässt ein Vermächtnis an denkwürdigen Auftritten. Mr. Gilbert, die Laura Ingalls Wilder in Unsere kleine Waren spielte, zeugte ihrem ehemaligen Co-Star auf Instagram Tribut und hob McGregors Fähigkeit hervor, einem verachtenswerten Charakter mit Humor und Herz Tiefe zu verleihen. Gilbert drückte einen herzlichen Abschied aus und äußerte die Hoffnung auf ein Wiedersehen im nächsten Kapitel. Kevin Hagen, bekannt durch seine Rolle als Dr. Hiram Baker dem gutherzigen Arzt in Unsere kleine Farm, wurde 1928 in Chicago als Sohn eines Gesellschaftstanzpaares geboren. Obwohl Hagen zunächst traditionellere Karrierewege einschlug, er diente zum Beispiel in der US-Marine, arbeitete für das Außenministerium in Deutschland und besuchte die juristische Fakultät der UCLA. Er lag es schließlich dem Reiz der darstellenden Künste. In den späten 50er Jahren brach Hagen sein Jurastudium ab, um sich der Schauspielerei zu widmen, die er als etwas beschrieb, von dem er nicht weggehen konnte und erklärte, die Schauspielerei, ich habe sie einfach gefunden. Sie ist ein Teil von mir geworden, also dachte ich, tu es oder stirb, wie die Seattle Times berichtet. Zu Beginn seiner Leinwandkarriere spielte er in dem Disney-Film Das Licht im Wald mit. Doch erst seine Rolle als mörderischer Deserteur der Konföderierten in Shenandoah brachte seine Karriere so richtig in Schwung. Hagen spielte in zahlreichen Western- und Western-Themenserien mit, in denen er seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte und die zu seiner bekanntesten Rolle als Doc Baker in unsere kleine Farm führte. Hagens Darstellung von Doc Baker inspirierte das letzte große Projekt seiner Karriere, eine Ein-Mann-Kabelshow mit dem Titel A Playful Dose of Prairie Wisdom. In dieser Show gab er laut einer Rezension in der Los Angeles Times den volkstümlichen Witz und die Weisheit eines Prairie-Arztes aus dem 19. Jahrhundert zum Besten. Kevin Hagen verstarb 2005 im Alter von 77 Jahren, nachdem er im Speiseröhrenkrebs diagnostiziert worden war. Seine Beiträge zur Unterhaltungsindustrie, die von Western bis zur Beliebten unsere kleine Farm reichen, werden von den Fans weiterhin in Erinnerung behalten und geschätzt. Richard Bull, der aus Illinois stammende Darsteller von Nelson, dem mitfühlenden Miteigentümer des Walnut Grove Mercantile in unsere kleine Farm, teilte oft denkwürdige Szenen mit Catherine McGregors Figur. Der 1924 geborene Ball stolperte eher zufällig in die Schauspielerei, da er ursprünglich ein Musikstudium anstrebte. In einem Interview mit dem Wisconsin State Journal aus dem Jahre 1975 erzählte er, Seine ersten professionellen Rollen spielte er auf der Bühne des Skirtman Theater in Chicago, wo er von der Kritik gelobt wurde und den Weg für größere Projekte wie The Satan Bug and The Thomas Crown Affair ebnete. Dieser Werdegang führte Bull schließlich zu seiner ersten Wiederkennenrolle in der Serie Voyage to the Bottom of the Sea. Mitte der 70er Jahre fand Bull seine bemerkenswerteste Rolle als Mr. Ozen in unsere kleine Farm und fügte damit seine beeindruckenden Liste von über 100 Film- und Fernsehrollen hinzu. Nach seinem Tod im Jahre 2014 im Alter von 89 Jahren erinnerte sich seine Filmtochter Alison Arngrim liebevoll an ihn. In einer Erklärung an Variety teilte Arngrim mit, Im wahren Leben war Bull genauso freundlich, intelligent, nachdenklich und vernünftig, wie man es von Nels Ozen erwarten würde. Ich bin so dankbar, dass ich im letzten Jahr Zeit mit ihm und seiner Frau Bobby verbringen konnte. Ich bin wirklich sehr berührt von der überwältigenden und weltweiten Welle der Liebe für Richard Bull. Bowles Vermächtnis liegt weiter durch seine bedeutenden Beiträge zur Welt der Unterhaltung und die anhaltende Zuneigung derer, die mit ihm gearbeitet haben. Hersher Parody verkörperte Elise Garvey, eine weitere Lehrerin in Walnut Grove, in unsere kleine Farm. Sie wurde in der vierten Staffel eingeführt und blieb bis zum Ende der sechsten Staffel eine feste Größe in der Serie. Über ihre Vorliebe für die Schauspielerei erzählte Parody einmal dem Cleveland Plain Dealer, dass er sich für Hollywood bestimmt fühlte. Anfang der 70er Jahre entschied sie sich für ihre Leidenschaft und zog nach Los Angeles, um eine Karriere als ernsthafte Schauspielerin zu verfolgen. Kurz nach ihrem Umzug sicherte sie sich eine wichtige Rolle als Stella in A Streetcar Named Desire an der Seite von John Voight als Stanley. Dies markierte ihren Einstieg in die Branche und sie hatte weitere Auftritte in Serien wie Bearcats und The Waltons, die den Weg für ihr vorsprechend für unsere kleine Farm erhebneten. Heute wird berichtet, dass Catherine McGregor und Richard Bull, zwei von Parody's Co-Stars, eine entscheidende Rolle dabei spielten, ihr die Tür zu Drittelhaus zu öffnen. Beeindruckt von Parody's Arbeit in einer Bühnenproduktion, empfahlen sie sie den Castingdirektoren der Serie, was schließlich ihren Weg in die Serie prägte. Im Jahre 2023 verstarb Hersher Parody im Alter von 78 Jahren, nachdem ihr einige Monate zuvor ein Hirntumor diagnostiziert worden war. Ihre Beiträge zur Welt der Unterhaltung und ihre Darstellung von Alice Garway bleiben als Teil der Geschichte der Serie in der Erinnerung der Fans. Marilyn Olsen stieß an der vierten Staffel zu unserer kleinen Farm und verkörperte Jonathan Garway, den Ehemann von Hersher Parody's Figur und Mitglied von Walnut Grove. Im Gegensatz zu seiner Frau, auf dem Bildschirm sah Olsen die Schauspielereien nicht als seine Bestimmung an. Vielmehr galt seine Leidenschaft dem Football. Olsen, der von der Utah State University als der beste Athlet in der Geschichte der Schule anerkannt wurde, spielte 15 Spielzeiten lang von 1962 bis 1976 als Defensive Tackle für die Los Angeles Rams und war Teil der berühmten, furchteinflößenden, vierköpfigen Defensive Line des Teams. Nach seinem Rücktritt vom Football verfolgte er zunächst eine Karriere als Sportkommentator bei NBC und hielt sich aus dem Reich die Illusionen heraus. Doch schließlich entschied sich der überragende 6,5 Fuß große Sportler für die Schauspielerei. Nach seiner Zeit bei Little House erhielt Olsen mit der Serie Father Murphy eine Art Spin-Off. In den späten 80er Jahren zog er sich allmählich aus der aktiven Schauspielerei zurück und widmete sich verstärkt seiner Tätigkeit als Sprecher für verschiedene Marken. Olsens Leben nahm eine düstere Wendung als bei ihm Mesothelium diagnostiziert wurde, woraufhin er 2010 im Alter von 69 Jahren verstarb. NFL-Kommissar Roger Goodell würdigte Olsen als außergewöhnlichen Menschen, Freund und Footballspieler. Er kümmerte sich sehr um die Menschen. Merlin war im wahrsten Sinne des Wortes überlebensgroß und hinterließ ein enorm positives Vermächtnis, wie NBC berichtet. Olsens Wirken reichte über das Footballfeld hinaus und hinterließ ein bleibendes Vermächtnis in den Herzen derer, die ihn kannten und der Fans, die seine Arbeit auf und neben dem Bildschirm bewunderten. Steve Tracy, ein späteres Mitglied der unserer kleinen Farmbesetzung, verkörperte Percival Dalton, den Ehemann von Nelly Olsen. Der 1952 in Ohio geborene Tracy entdeckte seine Leidenschaft für die Schauspielerei, als er während seiner College-Zeit am Los Angeles City College-Schauspiel und am Harvey Lambic Comedy Workshop studierte. Seine Rolle in Unser Kleine Farm war zwar nicht sein erster professioneller Job, wurde aber zu seinem bekanntesten und markierte den Übergang von kleinen Rollen und Statistenrollen in Serien wie Quincy M.E. Tracys Beziehung zu Alison Arngrim, die in der Serie seine Frau spielte, war so überzeugend, dass viele annahmen, die beiden hätten eine Beziehung im echten Leben. Laut Arngrims Buch Confessions of a Prairie standen sich die beiden sehr nahe und unternahmen alles gemeinsam von der Teilnahme an Veranstaltungen bis hin zum Aufenthalt in ihren Wohnwagen zwischen den Dreharbeiten. Obwohl Tracy in Wirklichkeit schwul ist, trug ihre Freundschaft dazu bei, sein Privatleben aus dem Rampenlicht zu halten. Tragischerweise verstarb Steve Tracy am Thanksgiving Day 1986 im Alter von 34 Jahren an den Komplikationen von Aids. Sein vorzeitiger Tod markierte das Ende einer vielversprechenden Karriere und er bleibt den Fans wegen seines bedeutenden Beitrags zu Unsere Kleine Farm in Erinnerung. Moses Gunns Unsere Kleine Farm zeichnete sich durch einen Mangel an farbigen Charakteren aus, aber Moses Gunn durchbrach dieses Muster, indem er Joe Kagan darstellte, einen ehemaligen Boxer, der zum Bewohner von Warner Grove wurde. Geboren und aufgewachsen in St. Louis, Missouri, hatte Gunn eine schwierige Kindheit, doch er fand Trost in Geschichten und deren Erzählung. Nachdem er in der Armee gedient und einen Bachelorabschluss erworben hatte, gründete er die Theatergruppe Footlights Across Tennessee, die durch Colleges im Süden und Mittleren Westen tourte. Im Jahre 1968 war Gunn mitbegründer in der Negron Ensemble Company und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Landschaft der darstellenden Künste. Obwohl er vor allem als Bühnenschauspieler bekannt war, erhielt Gunn einen Obie Award für Titus Andronicus und einen Tony Award für The Poison Tree. Ebenso bemerkenswert waren seine Ausflüge in Film und Fernsehen, wo er für seine Rolle in Roots eine Emmy-Nominierung erhielt und gefeierten Filmen wie Shaft, Ragtime und Heartbreak Ridge mitspielte. Kritiker bezeichneten ihn aufgrund seines beeindruckenden Werks als einen der besten Schauspieler des Landes. Ganz Rolle in Unsere kleine Farm kam es später in seiner Karriere, wo sein letzter Auftritt 1981 war. Nur ein Jahrzehnt vor seinem Tod 1993. Im Alter von 64 Jahren verstarb er an Komplikationen in Zusammenhang mit Asthma und hinterließ ein Vermächtnis als bahnbrechender Schauspieler, sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand. Das war es also mit dem heutigen Video. Teilen Sie uns mit, welche Figur aus der Fernsehserie Unsere kleine Farm für Sie die emotionalsten Momente hervorgerufen hat. Schreiben Sie gerne Ihre Gedanken in die Kommentare unter diesem Video. Zögeln Sie nicht, Ihre Gefühle auszudrücken. Unterstützen Sie den Inhalt, indem Sie ihn liken, unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke läuten lassen, um Updates vor zukünftigen Videos zu erhalten. Ich freue mich darauf, weitere schöne Erinnerungen mit Ihnen zu teilen. Vielen Dank und ich freue mich drauf, Sie im nächsten Video wiederzusehen.